Konstanze Paulinus, die war lange verletzt, konnte in der vergangenen Saison keine Weckbewerbe beschreiben. Und jetzt freuen wir uns, dass sie hier wieder auf dem Eis uns ein Showprogramm zeigen möchte. Herzlich Willkommen Konstanze Paulinus! Konstanze Paulinus Konstanze Paulinus Konstanze Paulinus Konstanze Paulinus Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.